Ich weiß nicht, was das sein soll. Hat Taran das installiert? Laut der Republikanischen Datenbank handelt es sich dabei um ein imperiales Überwachungsgerät. Nur jemand an Bord könnte wissen, wo man das anbringt, oder? Nicht unbedingt. Ich spüre keine Verrätung. Wenn uns jemand hintergehen würde, hätte ich das gefühlt. Vielleicht aber, ich dachte nur, ihr solltet es wissen. Ich habe es deaktiviert, als ich es entfernt habe, also müsste jetzt alles sicher sein. Das ist nicht unser einziges Problem. Ich fasse mich besser kurz. Was wisst ihr von einer Welt namens Crash? Crash ist relativ kurz zu Question. Bei meiner letzten Story, wo ich habe, hat sie einen oder zwei Folgen gehört. Relativ cool, glaube ich. Warum so gar nicht voll? Verheimlicht ihr etwas vor den anderen Diplomaten? Nicht, ähm, nicht wirklich. Crash ist ein umkämpfter Planet mit riesigen Vorkommen wertvoller Chemikalien. Die Splitter Allianz hat dort eine Forschungsanlage gebaut, die Attis Station. Die Station hat beeindruckende Heiltechnologien entwickelt und auch ein paar neue Waffen. Aber wir haben den Kontakt verloren und imperiale Truppen wurden in der Nähe gesichtet. Die anderen wollten nicht, dass ihr es erfahrt. Ich bin froh da. Trauen sie mir nicht. Ich hatte gehofft, mich durch meine Hilfe auf Balmora bewiesen zu haben. Leider legen sie ihre... Wir wurden vernachlässigt ein schneller neue Steuer ab. Die Attis Station beherbergt die klügsten Köpfe der Splitter Allianz. Und die Technologie und die Waffen, die sie dort entwickelt haben, dürfen nicht dem Imperium in die Hände fallen. Ja, das war die gerade hier und, äh... Das ist die andere Seite. Ah, super. Ne, was auch immer. Ich habe etwas geschickt. Wir können auch mit anderen Sucht dafür... Das, dass sie... Wie war die Situation, bevor der Kontakt zur Attis Station abbrach? Sie haben eine ganz normale Statusmeldung geschickt. Dann hörten wir von imperialen Soldaten in dem Gebiet. Das war's. Das werden wir ja sehen, wenn wir dort ankommen. Nicht wahr, Jedi? Wir? Junge Lady, du wirst keinen Fuß auf Crash setzen. Das ist viel zu gefährlich. Aber Vater, die Attis Station wurde mit der Technologie unserer Welt erbaut. Wenn jemand die Verteidigungsanlage benutzt, komme ich trotzdem rein. Das stimmt zwar. Darum muss schon rasch gehen. Gutes Argument. Je schneller ich drin bin, desto schneller kann ich die Wissenschaftler dort beschützen. Siehst du, Vater. Wenn ich helfe, haben wir die besten Chancen, alle zu retten. Wie du willst, Nadja. Anscheinend brauchst du keine Lektion in Verantwortung mehr. Dann steht es fest. Sobald ihr auf der Oberfläche von Crash seid, melde ich mich bei euch. Wenn unsere Station auch nur einen Kratzer hat, werde ich diesen Imperialen eine Lektion erteilen. Das ist ein Kratzer. Ich bin aber zu sehr. Okay. Dann. Äh. Gucken wir mal. Wo können wir. Füllen die Bank. Mal die Hand holen. Dann geh ich hin. Gutes 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 bei Eisen. Gut. Und dann. Bei Ereignis, gozaus. Gut. 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 Ich versuche es zu mal an. Gut. Gut. Jetzt. Wir haben den Maschin-Raum. Ehele. und manche ganz einfach noch in der drücke aber ich kann kein geld für trophäen nehmen die ihr erjagt habt wie kommtet ihr nun wirklich das war gefährlich ein trandoshaner in den jagdgründen der wookies ihr habt glück noch alle gliedmaßen zu haben eure geschichten enden doch alle gleich das scheint mir ein hoher preis für den sieg gewesen zu sein und und Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Traskrosch! 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 Und... Reutern! Findet die Atmis-Station! Und Reutern! Traskrosch! Traskrosch! Ja... Das ist ein bisschen langer... Ja... Ja, ja, ja... Blablabla... Blablabla... Okay... Schwinge mal hier oben... Und dann... Hören wir mal! Und dann... Hören wir mal! Tuck! Und dann... Hören wir mal! Hören wir mal! Obst du dich mal... Obst du dich mal... Du musst dich mal... Aus den Quasten holen... Ganz einfach! Dann... Du kannst... Du kannst... Offline alles machen... Du kannst dich mal... Du kannst dich mal... Auf... Oh... 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 Findet die Atis-Station... Ja... Krashos... Relativ... Tricky... Du musst den... Obligatorischen... Schwulen... Mann zu schwätzen... Ah... Willkommen auf... Hier im Sektor sieht man nicht viele Jedi... Was da... Michi... Sa... Warum kämpft die Republik... Nira... Das Imperium hat davon Wind bekommen... Und den Planeten mit Soldaten und Kampfdroiden überschwemm... Ich kann mir vorstellen dass ein Krieg in giftiger Atmosphäre nicht gerade einfach zu führen ist... Ich kann mir vorstellen dass ein Krieg in giftiger Atmosphäre nicht gerade einfach zu führen ist... Die Luft ist weniger problematisch als das Gelände... Quash besteht nur aus Sumpf... Sch... Gut... Ihr dürft nun auf die Planeten-Oberfläche reisen... Gebt einfach Bescheid... Merci... Sehe mir diesen giftigen Plan... Sprecht nach der... Merci... Ja... Verstehen zu versen... Ich werde mir weiter... Ok... Entlappensmiste... Super... Und der Fall... Wow... ... Ich werde dir das anwenden... ... ... also... Ich werde mir sagen würde... ... ... ... ... ... ... Ich werde mir sehen, dass es noch nicht mehr ist... Ich werde mir sagen... ... Schönen darf man von mir Outtrack-Videos abonniere, like und kommentieren an